Wir waren damals eine kleingroße Familie. Die Hinterbühnenatmosphäre war wunderschön. Das Ensemble hat sich hinter der Bühne so ein bisschen gedehnt, gestretcht. Die Maske war auch direkt auf der Hinterbühne. Die Schnellumzüge waren auf der Hinterbühne. Einmal ist mir sogar passiert, beim Schnellumzug in dem gelben Anzug, ich weiß nicht, wer von euch dieses Stück mal gesehen hat, dieses Musical, beim Schnellumzug in diesen gelben Anzug, hat mir die Dresserin, also die Ankleiderin, den Reißverschluss zu schnell zugemacht und hatte meine Haut dazwischen. Ja, das tat weh, aber ich hatte gute Laune. Ich bin anschließend direkt auf die Bühne. Also wie gesagt, eine wunderschöne Atmosphäre bei Mama Mia auf der Hinterbühne. Es fehlt nur noch die Palmen und die Vögel. Sie sehen, wie gesagt, eine Wunderschöne Atmosphäre bei Mama Mia auf der Nivea. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Genie, Genie, oh my my Genie, Genie, oh so fine Genie, Genie, oh my my Genie, Genie, oh so Vielen Dank.